Hallo, ich bin Jérôme Roussillon. Ich freue mich, hier zu sein. Niemals vergessen, Asiarene Union. Jérôme, worauf freust du dich in Berlin und bei Union am meisten? Am Anfang war es so rief, mein Deutsch ist nicht 100% Deutsch, 80%. Und weil der Trainer und der Direktor mit mir gut gesprochen haben, war wirklich top. Und ich glaube, mein Herz ist direkt okay, ich komme. Dann muss das nochmal einmal. Und jetzt, ein bisschen Arme. Ja. Schönen? Ja, das ist sehr gut. Ja. 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 Ja.